Die mobilen Retter e.V. Time is brain. Bei plötzlichem Herz-Kreislauf-Stillstand sind die ersten drei bis fünf Minuten lebensentscheidend. Rettungsdienste brauchen etwa acht Minuten, bis sie vor Ort sind. Damit diese Zeit nicht ungenutzt bleibt, hat Notarzt und Ingenieur Dr. Ralf Strohb zusammen mit IT-Dienstleister MedEngineering ein Smartphone-basiertes Alarmsystem für qualifizierte Ersthelfer entwickelt. Geht ein Notruf unter 112 ein, wird über GPS der nächste Ersthelfer ermittelt und zum Einsatzort navigiert, wo er nach ein bis vier Minuten ankommt. Bis zum Eintreffen des Notarztes kann er die lebensrettende Herzdruckmassage ausführen. Im Einsatz sind die mobilen Retter in Gütersloh und wünschen sich bundesweit Nachahmer. Ein Wunsch, den sie mit Schirmherren Bundeskanzlerin Angela Merkel teilen.